Gerade eben ist das diesjährige Apple-Event zu Ende gegangen, wo das neue iPhone XS und XS Plus, ähm, ja, ich werde mich nie daran gewöhnen, das neue XS Max vorgestellt wurden und auch eine Apple Watch Series 4 und ich fasse in diesem Video mal kurz zusammen, was auf diesem Event so passiert ist, so die wichtigsten Sachen, so dass ihr euch einfach mal einen Überblick verschaffen könnt. Viel Spaß! Los ging's mit einer neuen Apple Watch Series 4, die jetzt in zwei verschiedenen neuen Größen verfügbar ist, einmal mit 40mm und mit 44mm und das ist möglich dadurch, dass die Apple Watch kleiner geworden ist und das Display mehr der Oberfläche ausfüllt. Am Gehäuse selber hat sich gar nicht so viel verändert, aber die digitale Krone hat nun ein Haptic Feedback, was bedeutet, dass sie ähnlich wie bei der Taptic Engine des iPhones reagiert. Auch dieses Jahr wurde Helf ganz groß angepriesen bei der Apple Watch und die Apple Watch kann jetzt nun ein EKG auszeichnen, was für viele Leute, denke ich, ziemlich interessant sein könnte. Außerdem kann sie nun einen Fall detektieren, was bedeutet, dass eure Großeltern vielleicht mit der Apple Watch gar nicht so schlecht beraten sein werden. Außerdem ist der Lautsprecher der Series 4 nun zu 50% lauter, was jetzt beim Telefonieren vielleicht ganz praktisch sein könnte, aber ich glaube, dass der Lautsprecher allgemein nicht so viel genutzt wird. Was viele Leute freuen wird, die sich vor ein paar Jahren eine Apple Watch gekauft haben, die alten Bänder sind weiterhin mit der Series 4 kompatibel. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Sonst gibt es zur Series 4 gar nicht so viel zu sagen, außer, dass es noch eine goldene Edition gibt, die aber Edelstahl ist. Also nicht wie damals bei der 18 Karat Gold Edition, sondern einfach nur eine schöne Edelstahl Version in goldenem Finish. Die Series 3 ist weiterhin verfügbar, nun zu einem günstigeren Preis von 280 Dollar und dann ging es eigentlich auch schon zum iPhone über. Was die iPhones angeht, so haben wir dieses Jahr drei neue iPhones. Einmal ein iPhone XS und XS Max, diese sind dann der Nachfolger des iPhone X vom letzten Jahr. Einmal haben wir das XS mit einem 5,8 Zoll Audit Display und das XS Max mit einem 6,5 Zoll Audit Display und das hat dann auch eine größere Pixeldichte als das XS. Ebenfalls wie bei der Apple Watch Series 4 gibt es diese Geräte jetzt auch im goldenen Edelstahl. Sieht auf jeden Fall ziemlich hochwertig aus und endlich mal wieder Gold bei den Premium iPhones. Besonders angepriesen wurde dieses Jahr der A11 Bionic Chip, der besonders bei Argumented Reality helfen soll. Und dazu hatten sie auch drei Game Developer auf der Bühne, die das Ganze ein bisschen demonstriert haben. In meinen Augen war das aber ein bisschen zu sehr in die Lange gezogen. Dieser Octa-Core Intelligenz Chip hilft dann auch bei alltäglichen Aufgaben mit den neuen Siri Shortcuts, die ja jetzt in iOS 12 kommen werden. Was die Kameras angeht, so haben wir dieses Jahr auch größere Sensoren und mehr HDR-Unterstützung und ich denke, dass es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung der iPhone-Kameras ist. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es sich im Vergleich zu der Konkurrenz, zum Beispiel dem Pixel 3 XL oder auch den Huawei-Smartphones verhalten wird. Was beim Portrait-Modus jetzt neu ist, ist, dass man einstellen kann, wie stark das Bokeh im Hintergrund denn sein soll, beziehungsweise man kann die Blende einfach einstellen. Wie schon gesagt, ist der einzige Unterschied zwischen dem iPhone XS und dem XS Max das größere Display und dann auch noch die Akkulaufzeit. Die soll beim XS Max nämlich deutlich länger sein als beim kleineren Bruder. Außerdem hat das Gerät Dual-SIM oder zumindest halb, denn in China gibt es wirklich eine mechanische Dual-SIM, also einen SIM-Kartenslot mit zwei Einschüben und für die ganzen anderen Regionen wird es die zweite SIM-Karte als eSIM geben, also mit einem QR-Code, den man von seinem Netzbetreiber bekommt und dann wird die digital aktiviert. Finde ich nicht so wirklich gut, aber na gut, immerhin hat man Dual-SIM. Aber dann gab es noch One More Thing oder wie es jetzt heißt, One More iPhone, denn es gab noch ein drittes iPhone, der Name ist komplett bescheuert, das heißt iPhone XR. Wofür das steht, weiß ich auch nicht, aber das Gerät wird es in bunten Farben geben. Erinnert ein bisschen an das iPhone 5C von damals und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich dieses Gerät auf dem Markt etablieren wird. Das Gerät ist kleiner als ein iPhone 8 Plus, hat aber ein 6,1 Zoll großes Display, was aber im Gegensatz zum XS und XS Max kein OLED-Display ist, sondern ein LCD-Panel, was von Apple Liquid Retina genannt wird. Obwohl dieses iPhone XR nur eine Kameralinse hat, kann es trotzdem per Software auch den gleichen Portrait-Modus der größeren Geräte nachahmen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wie das funktionieren soll ohne zweite Linse, aber ich bin gespannt und Google hat ja letztes Jahr mit dem Pixel 2 gezeigt, dass die Software da auf jeden Fall schon mittlerweile ziemlich vorangeschritten ist und dass man trotzdem professionelle Bilder auch mit nur einer Linse kreieren kann. Interessanterweise wird auch das iPhone 7 bzw. 7 Plus und 8 bzw. 8 Plus im Programm beibehalten zu erstaunlich günstigen Preisen, also vielleicht wird das ja auch ein gutes Angebot. Und ansonsten gab es nicht wirklich viel Spannendes bei dieser Keynote. Es wurde natürlich damit angefangen, wie toll die Apple Stores sind und was das für ein Ort ist, wo so viele Leute hingehen und so weiter. Und sonst gab es noch übrige kleine Pausen, kleine Marketingpausen und sonst gab es eigentlich nicht viel Spannendes. Und ja, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenfassung gefallen. Ich versuche das jetzt hier möglichst schnell hochzuladen für die Leute, die jetzt keine Zeit hatten, die ganze Keynote zu gucken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!